Krifte immer noch alter genau gegenüber ist ein in dem kleinen haus gegenüber das sind sie nein und zwar das gerüst ist also nicht wir in dem blauen unten so ein geschäft seitliche tür und dann gerüst ist da da bin ich und hier in die Stadt nebenan schießt also du bis in dem der blauen oder in dem anderen ich weiß nicht was das letzte ich bin im Kloster im Stockwerk ein Stockwerk ja ja da sind zwei wenn man nach oben gehen kann deswegen hier ist so ein Haus mit blauen Fenstern ich glaube da drin ist jemand oder einfach ein Haus weiter ja das sagt mir jetzt nicht viel auch da oh da ist ja wer am schießen das kommt von der Schule ja sag ich doch die sind genau gegenüber in dem haus gegenüber der Kirche also da am Brunnen da hinten ist jetzt irgendwo Kirche ohje die Tür auf dass sich da eine einloggt ja dann ich kann zum Beispiel rüber gucken also die aber eher schließen krass in einer hat Bulldose sind neun Stücke Zucker drin wohl da nicht immer ja da unten ist wir am laufen ähm an dem Brunnen jetzt an der Straße entlang ja aber ist nur ein Nubi boah die knallen da aber echt ne ähm neun Stopsen die da am schießen ne und da wo du du bist habt ihr noch die Mine? oh ich seh einen laufen hört mir die Daumen dass ich noch lebe und rennt hinter zur Kirche ja ja eben auch zu sehen hm 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 ja gechillt die fährt ein Truck lang ja ist ein Auto ja man aus Richtung Kamichschobo fährt Hauptstraße zu Poliswoch hm 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 ich über ah hm Ah, da hinten ist er. Und? Nein, ist einfach. Waren wir hinter der Kirche? Ich glaube, dass ich jetzt auch unten lang laufe, ey. Nee, du bist noch im roten Haus. Ja, ich bin im roten Haus, ich geh jetzt raus. Zur Kirche. Hinter der Kirche? Ja, hinter der Kirche. Ich glaube, ich noch oben. Ja, zwei sind am Laufen, ne? Bei mir laden die Textur nicht, ey, ich kann ausrasten, ne? Mach mal. Nee, das wollte ich gar nicht... Oh, wo ist meine Waffe denn jetzt? Bist du behindert? Läuft jemand. Ups. Vor der Kirche. Tom Biago. Gleich beim roten Haus. Hm. Ach, da unten, ja, aber ist nun... Dann waren die Nubi. Das ist nun Nubi. Und da ist auch noch einer am Laufen. Noch Nubi. Zwei Stücke sind jetzt auch auf der Straße entlang. Nach links. Oh, da vorne ist einer, ja. Scheiße. Ich weiß von wo, ich weiß von wo. Aber ich blute. Du bist dann im Haus vor der Kirche. Ja, sag ich doch. Die hocken oben am Start. Da oben ist auch wer hier. Moment. Dann könntest du sie aus dem roten Haus gegenüber abknallen. Ich bin im roten Haus... Da ist er hier. Scheiße. Ey, wer, wie, habt ihr auf mich geschossen? Ähm, wo du auch immer hängst. Hier kommt jemand rein. Wo? In der Schule ist jemand, da muss jemand... Bist du denn... Ja, ähm, ich bin da. Ach, du da oben in dem... Ach, du. Hast du auf mich geschossen jetzt? Ja, ich glaub schon. In dem Fenster, durchs Fenster. Alter. Ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, das war ich dann. Okay, okay. Das war nicht extra gewesen. Wenn mir jetzt alles ruiniert, riech dich doch. Wie machst du das? Ich sag doch, neben dem Gerüst. Ach, neben dem Gerüst. Okay, okay, okay. Also, da bist du dann. Du bist meine Deckung und ich guck... Okay, okay. Ich guck, dass bei dir keiner hochkommt oder ich... Alles klar. Sehr gut. Was ist das denn jetzt hier? Ja. Ich bin nämlich ne Schuder. Hm, Tim J. Wer hat das? Ist das dieser Lucky? Ja, ja. Das muss man nicht merken. Ja, das schießen kannst du keinen. Der Truck kommt zurück. Ja. So n... Auto jetzt ist aber auch etwas Schwindes. Ja. Ja, es ist genau auf der Straße, ne. Oh, fuck. Ich hab geschossen. Boah, ich bin so grau. Leute. So. Dann... Komm hierher. Ich... Hab noch einen... S... Radin. Hier. Ja, wenn ich jetzt rausgehe... Ja. Dann, äh... Klick auf... Lockout und so ums Spawn. Ey, der Pussy! Oh, shit. Der steht und ist am Essen, ne. War ein Bier? Ne, ausgerüsteter Typ, rennt zur Kirche. Alter. Zur Kirche? Der steht halt einfach aus. Ja, der ist hinter der Kirche jetzt. Ich lache zur Schule, Jungs. Okay. Kommst du dann gleich runter oder nicht? Nein. Okay, schieß auf jemanden. Ich bin jetzt am, äh, Supermarkt. Okay. Alter. Kleidung, die du anhast, nochmal. Alles ruiniert man. Keine Ahnung. Weißes, äh, Armband. Ausgerüstet. Schwarz. Rucksack. Ich bin jetzt irgendwie... Ach, Quatsch. Ich bin so im Speiseraum. Scheiße, Mann. Ich hätte den erwischen können. Mach hier ne Tür auf. Ja. Wärm schießen. AK oder was war das? Wo seid ihr? Ganz oben? Ja. Ähm. Ja, hier. Oh, rennt wieder zur Kirche. Scheiße. Unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben. Ja. Ja, ähm. Nach unten ist das Enge. Genau. Moment. Torque ist da. Der findet's lustig. Was ist das? Ja, Moment. Ja. Äh, ich muss... Scheiße, wie langs noch? Na, Mann. Das klopft sonst nicht. Ah, jetzt. Oh, nein. Jetzt ist auch noch am Stehen. Ich glaub schon. Boah, die knallen aber hart. Kirche. So, hier. Okay. Okay. Und hier ist ne Bandage. Ja. Danke. Der liegt dort. Ist schön. So. Viktor, wo bist du? Gegenüber der Schule. Okay. Ist so nun genug. Ja, äh. Na, jetzt ist der abgehauen wieder. Ja. Und die Nuss. Wollte ja auch noch Bandage geben. Hab ich schon, danke. Was brauche ich denn hier raus, da? Der Tipp stand so schön und ich hätte Jürgen. Ah, okay. Da bist du. Schiehst du mich im Fenster? Gerüst. Nein. Brunnen ist wer jetzt am Laufen. Zwei. Am. Brunnen. Es sind zwei Leute auch ne Knarre in der Hand gehabt. Ne SKS glaub ich. Und eine AK. Ja. Zwei sind dort hinten. Laufen die ja noch? Lassen die irgendwann das hin? Rechts, links? Äh. Unbekannt. Da ist es. Die sind wieder da. Ja, oder die sind nach rechts. Da haben die an der Schule. Noch ein Tipp. Ich lauf hier unten. Bahnhof. Ähm. Ist der nach oben? Ist der nach oben? Ja? Die sind jetzt von der Kirche weggelaufen. Alle beide haben überlebt. Okay. Okay. Aber warte mal. Wer steht da an der Bushaltestelle? Ich bin am Bushaltestelle. Der leuchtet. Der leuchtet. Da abhauen. Da sind viele in Tippen. Da sind viele in Tippen. Wow. Nach hinten. Wo ist er? Scheiße. Wo ist der? Hier knallt wie auf uns. Versichtbar. Oh du bist ja echt mutig. Voll drin. Komm zurück lieber. Ja. Hast du ne Wisschen? Wo unter uns ist ne. Lass ihn zu mir in die Schussfeld kommen. Ich weiss nicht wo er ist. Ja dann geh zurück. Oder geh ins Haus gegenüber. Das blaue. Blaue Tür. Boah. Voll auf mich geschossen alter. Wo ist dieser kleine Schweinehund man? Okay. Ja. Wenn unter uns ist was am laufen. Ich gucke. Glaub ich auf jeden Fall. Ich bin eben gekrochen vielleicht. Oder nicht. Schritte. Schritte oder Kriechen. Kann ich dir so genau nicht sagen. Ich. 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 Okay. Waren die bewaffnet? Irgendjemand hat mich gerade angeschossen in diesem Tunnel. Der andere Typ. Äh. Nicht. Oh ich seh einen Tüppel laufen. Ich geh mal hier rein. Kann ich mal was? Hey. Wake up. Ist er hier auf dem Dach oder was? Ich hab einen Tüppel der ist tot. Ausgerüstet. Ja. Der Gurt ist an der Mauer nicht vorbei gekommen. Hat dann die Waffe geswitcht. Und stand dann. Kann sein. Dass einer über uns ist hier. Ich sitze hier irgendwie so an so rechts. Ich weiß nicht. Sonst. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Bleib nur auf der. Auf der Hälfte. Genau. Nur auf der Hälfte nach oben schauen. Ich bin jetzt gegenüber von der Kirche. In dem weißen Haus. Mit den. Ja. Mit den orangenen Türen. Oben schon? Ja. Ganz oben. Okay. Da ist es cool. Da kommen sie gleich. Pass auf. Ja man hier ist einer. Ja? Ja. Was war der? Genau. Warte ich guck von gegenüber. Oh genau ist der? Warte mal. Das war die Baumspitze glaube ich. Ich dachte das sah aus. Glaubst du? Oder ist er jetzt wer oben? Ich muss mal größeres Zielfernrohr wegs. Sonst. Wir gehen nochmal nach oben schauen. Ja ja. Weil. Das würde das Ziel nochmal wechseln. Ähm. Unter dir ist jetzt wer gleich. Achtung. Unter wem? Geh... Huh... Ruß... Geh... Ruß ist. Und nach rein. Zombie. Wie ist nochmal dein... Victor? Victor. Victor. Geh redet... Ah ok. Geh redet jemand daneben? Geh doch nicht. Alles gut. Oder wieder weg. Keine Ahnung. Dann ist keiner auf dem Dach. Boah ok. Siehst du an der LKW im Tiffen, der tot ist? Ist der schönes LKW wieder, ne? Hat denn eine Langeweile, der Typ? Ja, also direkt an meinem Haus. Geht weiter. Können wir noch nicht reinschießen? Ne, ich glaub nicht. Echt? Ja? Du kannst ihn rauschießen. Wunderbar. Ne, scheiße. So wie er fährt, trinkst du nicht rein. Oh, du Luxey. Na, ich glaub ich... Geht gleich auch mal nach unten, ey. Brunnen ist irgendwas am da unten jetzt gleich. Zaun. Ja? Ja, Kopfschuss. Na, jetzt fahren. Auch ne... Harre? Lila. Lila rucksack. Was eigentlich ist. Der Kollege ist weggelaufen. Hast du ihn gesehen? Eddy? Gegenüber der Kirche, gegenüber der Kirche sind... Ja, unter dir ist wer... Der im... Wo ist da unten ist wer hier? Hier läuft auch jemand bei mir. Da unten ist wer. Unter uns hier. Ja, irgendwie sehen kurz vor dir an der Mauer. Ja. Hier läuft jemand die Treppen hoch. Fuck! Er ist genau unter dir jetzt gleich. Unter dir an der Mauer. Ja. Der uns auch jetzt... Gesehen hat. Er kommt. Er will zu dir hoch. Zu mir? Ja. 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 Im Moment. Ich kann den... Ich kann den versuchen. Der ist am... Der ist da unten jetzt. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Danke, dass ihr mir geholfen habt. Ja. Sehr gerne. Hier ist noch jemand bei mir drin. Okay, warte. Ich guck mal. Vielleicht kann ich... Er hat grad bei mir hier oben die Tür aufgemacht. Alter, meine Nase juckt. Oh! Das war ein Sniper? Nee. Oder ist es ein Schrot? Das ist ein Winterschacht. Ja. Eddy, lass... Vielleicht kannst du ihn erschrecken. Er läuft hinten raus, dann kann ich ihn erwischen. Schieß einfach ein bisschen. Dann weißt du sowieso, dass du da bist. Ja, wer hat grad hier oben die Tür aufgemacht? Boah, wo war das? Ich bin... tot. Scheiß. Fuck. Wo waren die denn? So betrachtig. Keine Ahnung. Nein, hier war keiner oben. Die müssen mich von gegenüber irgendwie weggeholt haben, oder was? Oder keine Ahnung. Einfach nochmal. Boah, was war das denn, ey? Boah, es sind jetzt Knarren ohne Ende hier. Ja. Kannst nochmal hier hin und dir ne Knarre hier unten nehmen. Den wir eben abgeschossen haben, angenommen. Ja, ich würd gerne mal wissen von wo. Weil der nicht in der Tür saß. Naja. Ja. An der Feuerwehrzombie-Alpo. Ja, hier ist eben auch gesehen. Ich seh da aber nix. Jo, ich bin in Elektro gespawnt. Ja. Alles Thema. Ähm. Und zwar hier unten. Du kannst zu mir kommen, da liegt man leicht. Ja. Genau. An dem Gerüsthaushalt, da unten. liegt sofort eine. Sonst so die Kleidung dann einmal sagen, die du an hast. Ja, ich muss erst mal da hinkommen, ne? Ja, und dann erst mal die Kleidung sagen. Sonst darf man die Stelle ab hier. Ich lauf hier nackt rum. Nackt, okay. Ähm. Tork ist hier wieder. Blaues Zeug. Okay. Der Tork ist so behindert. Wir dürfen gerne rauschießen, das ist schon gut. Sehr schön. Ähm. Wo unter uns? Was? Ja. Bei euch? Wo unter uns ist was. Oder das war ein Einbilder. Ich meine, ich hab hier irgendwas gehört. Ich gucke. Ich komm jetzt zu diesem Gerüsthaus. Ich seh nichts. Okay, unten an der Tür wird jemand stehen. Ich bin gegenüber vom Supermarkt. Wo? Ah, in der Tür wird jemand liegen, meine ich, unten. Du glaubst oder du weißt? Ja, ich seh ihn. Der liegt da, ne? Ja, unten. Komm, ich geb dir eine M5. Alter, stopp. Hier läuft jemand. So früh. Oh mein Gott, der kommt zu mir. Oh mein Gott. Bist du der Bambi unten an der Leiche? Ja, ich bin bei mir an der Leiche. Hier läuft noch jemand lang. Komm, 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 komm. Da ist wer Els unter dir, in dem... Da hinten ist er, im Moment. Der ist ja hoch. Komm hoch, komm hoch. Nein, nein, nein. Doch, doch, ich komm hoch. Ich komm hoch. Ich komm hoch. Ich kann ihn nicht nehmen. Warum kann ich ihn nicht nehmen? Ey. Ich kann ihn nicht nehmen. Ich raste aus. Höchelings ist ja lang. Also der ist hier jetzt weg, ja? Ja. Ich geh runter, lass mich vor. Höchelings. Ähm, Achtung, ich bin auf Nachhinein. Mann, ich muss eine andere Scheiß-Visier haben, ey. Hast du noch SKS-Money? Negativ. Wie viel hat er? Zehn Schuss. Ich versuch zu meiner Leiche zu kommen. A-Agro unten an der Straße. Bei uns oder bei euch? Äh, über uns hinten ist ein Sniper. Also Mädels, ich hab jetzt so ne, so ne, äh, dunkle Hose an, so ne Back-High-Kapazitätsweste und ein rotes, äh, Wohntuch. Okay, also rotes, mh, Monterischemal, ob ich mal dafür wüsste. Zombie, ah, du bist mein Hund. Ich bin jetzt, ähm. Ähm, unter uns? Unter uns ist wer? Unter euch? Ja. So 100% Ja, Zombie, er geht jetzt zu eurem Haus. Weg. Ja. Ich glaube, das ist sogar er hier gewesen. Zombie, ne? Ja, ja. Okay, machen wir weiter von der Seite. Unter uns ist auch nix. Die Ely. Schaffst du's allein? Warte, warte, warte. Du kannst durch die Tür schießen, wenn er in der Ecke sitzt, ne? Nee, er ist raus, aber er hat alles für mich gelootet. Meine M4. Er hat sich gefleut, er hat sich ausgelacht. Ah, alles ruiniert. Er hat alles mitgenommen. Alles weg. Jetzt hab ich nur so ne MPM Rack. Pssst, alle mal leise. Hier spricht jemand. Vor der Kirche liegt ein Toter. Zwei, die hab ich für Platz gemacht. Achso. Von der Ecke. Und da ist noch ein dritter gewesen. Die waren Freunde, aber ist weggelaufen. Die waren Freunde. Alter, hier ist hier richtig hart ab, Mann. So macht das fucking Spaß. Ähm, auf der Strafe ist wir am Laufen. Auf eurer... Gleich vor der Kirche. Ja. Genau. Jo. Jo, ich sehe ihn. Jetzt ist er dort. Ist nur Noobie. Warte, 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 warte. Was ich nicht le colour in die Hande hier liegt. Já, hier habe ich einen Sterngelenkselling. Weihnachten. ärger s信ieriger. Ich bin glücklich. Warte, warte, ich bin glücklich. aar Tabige. jemand da in der straße keine ahnung ich habe es nur kurz gesehen läuft richtung und ich habe nur kurz ein pixel laufen sehen aber kein zami ja da hinten ist er jetzt eben lang er ist er gleich da am berund er ist jetzt gleich da oder erst hinten auf der straße lang unten an der randseite auf jeden so nach links gegenüber im geschäft muss jemand sein was für ein geschäft gelbes geschäft gelbe für diese supermarkt ja da müssen wir gucken da ist gerade so eine tür zugeschlagen also unter uns hier ja mit gelbem zieren ist eine offen nee also hinten nicht irgendwo hinter uns glaube ich berg oder was aufs dach gehen ja aber das ist bei mir im rucksack wo hast du denn digga ja dort muss ich einen gekeulen ey ach quatsch das brauche ich nicht bist eingeschlafen auch nicht das war nach oben ist irgendwie zombie aggro hier ich bin runtergeklemmert nee und bei uns nicht oh das war nach hinter uns mhm vielleicht läuft der zombie da gleich ab ja man ja der ist nach oben wo ist er schule hinter uns ähm irgendwo oben du könntest jetzt nach oben klettern jetzt gleich ja wenn es jetzt nach oben sonst damit du den blick dahin hast da oben ist doch und die elli lebt noch mhm in dem haus gegenüber der kirche mhm ja weiß ist mit orangenen türen bei mir ist jemand wie der tür scheiße man wie schaut mal ob die gelben türen aufgegangen sind zwei drei ja ich bin dran bluten ja frau Achtung knall dir mal da unten knall dir mal unten ab ok ist glaube ich schon platt zwei sind da unten noch im geschäft oder wo in dem kleinen haus neben dir oh 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 ich sehe einen ich sehe einen warte bleib ich hin und her in deinem haus neben euch in dem zweiten hier vorne zwei leute ja und in dem kleinen ist auch noch wer fuck ich bin tot scheiß sks ey der hat ne m4 oder sowas der ist unten an der gerate unter dir ich hätte noch geholt aber ich hatte keine muni mehr mhm ich war unter dir da ist noch wer am rennen an der ein grün angezogen ein grün angezogen und ein schwarz angezogen unter dir was für ein luck hat der wichser schieß durch fenster durch fenster das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020